Ja, hallo Leute, willkommen bei dem Spiel Caesarian Mosquito Run, das ist das Ganze. Ist ein sehr, sehr einfacher Platin, ein bisschen laut ist das heute. Das ist 2 Euro, hat 4 Stacks, UPS 5, EU, US, Asien und Japan, das ist ja. Was wir machen müssen ist, hier ist eine Platsche, damit wir müssen die Mosquito erledigen. Und von jeder Frage ist hier ein 30 Stück erledigen, außer von Pink, bei Pink müssten wir nur 20. Das ist ein Timer und macht nichts, wenn wir hier ein paar durchlassen. Manche Päden oder auch allgemein alle lassen sich hier addieren. Das heißt, sollten wir jetzt mal hier Time Up sein, dann wird das zusammengezählt gewiss. Sehr easy, also heute ist nichts drin spielen. Oh, Zeit um schon. Ich bin nicht aufgefallen, dass die Zeit schon um ist. Ich bin nicht aufgefallen, dass die Zeit schon um ist. Ich bin nicht gezwungen, dass die Zeit schon um ist. Ich bin nicht einfach Pardon, aber ich bin nicht einfach nicht voran, weil die Zeit schon um ist. Pass sót mich, wenn ich Ich habe noch mal, kann es sein, wenn ich da her. Ich habe noch mal, kann es sein, wenn ich da her. und latin also ja so einfach geht es sehr sehr einfaches spiel sehr nice sehr schnell